hallo leute und willkommen zu einem neuen video zu meiner solaranlage ja fast zweieinhalb jahre ist es jetzt her seit ich mein ersten video zu den ersten g versuchen mit meiner solaranlage gemacht habe und der erste video ist immer noch ein renner fast 80.000 aufrufe bis heute dafür zunächst mal vielen dank wir sind dann gemeinsam durch viele höhen und tiefen gegangen und haben viele probleme gemeinsam gelöst mit der solaranlage und solange die anlage im aufbau war ich hatte ja mit zwei einzelnen 130 watt modulen damals angefangen mit einem schiener kracher als wechselrichter habe ich auch immer wieder diese ertrags videos gemacht wo ich über die monatlichen erträge meiner anlage berichtet habe das habe ich gemacht weil andere solar youtuber das ja auch gemacht haben und das war ja auch interessant solange die anlage gewachsen ist und neue und größere module hinzugekommen sind der wechselrichter ausgetauscht wurde und schließlich und endlich die module für den optimalen ertrag auf dem dach montiert wurden seit gut einem jahr ist die anlage jetzt aber stabil und unverändert und die monatlichen erträge schwanken nunmehr nur noch nach der jahreszeit und dem wetter im letzten winter dann sind wir nach der corona zeit endlich wieder über die winter monate auf die philippinen gereist und die solaranlage war in dieser zeit komplett abgeschaltet und folglich gab es auch keine ertrags videos mehr auch in diesem winter werden wir wenn nichts dazwischen kommt wieder in richtung philippinen aufbrechen wo wir ja im letzten winter ein haus gebaut haben und das auch noch mit der solaranlage ausgestattet werden muss um die strompreise auf den philippinen die sind für örtliche verhältnisse relativ hoch bisschen auszugleichen oder ein bisschen zu senken natürlich es wird daher durchaus weitere videos zum thema solaranlage geben sobald es an der anlage hier was neues gibt aber ich werde auch zumindest in diesem format keine weiteren ertrags videos mehr machen vielleicht noch mal als short video also unter einer minute und im hochformat aber etwas weniger ausführlich so das wollte ich noch kurz loswerden wenden wir uns also hier zunächst ein letztes mal dem ertrag meiner solaranlage im monat juli 2024 zu insgesamt hat meine solaranlage im juli also 185 54 kilowattstunden erzeugt das sind rund 14 kilowattstunden mehr als im juli letzten jahres das hätte ich gar nicht gedacht denn mir kam der juli vom wetter her eher schlechter vor als im letzten jahr der beste tag war im juli war der 9 juli mit 8,22 kilowattstunden und der schlechteste der 27 mit nur 2,18 kilowattstunden das war so ein richtig dunkler verregneter tag ja mitten im sommer kann man sagen zusammenfassend kann man sagen dass meine anlage die übrigens rund 1,5 kilowattstunden in der spitze erzeugen kann im moment und aufs jahr gerechnet die gleiche menge strom erzeugt wie ich auch so verbrauche damit bin ich sehr zufrieden dementsprechend belief sich meine stromrechnung für das ganze letzte jahr auf nur 60 euro wohlgemerkt für das ganze jahr wobei wir natürlich berücksichtigen müssen dass wir in den kalten monaten im letzten jahr von november bis dezember nicht anwesend waren und somit auch keinen strom verbraucht haben ja jetzt schreibt noch gerne eure meinung unten in die kommentare lasst ein like und abo da und ich sage erstmal tschüss bis zum nächsten video möglicherweise zum auswandern auf die philippinen oder auch zum thema solaranlage bis dahin erstmal tschüss